In dem Projekt das mediatisierte Zuhause untersuchen wir, wie Menschen zuhause Medien nutzen. Hinter dieser ganz einfachen Frage steckt eine ganze Menge, denn vor 15 Jahren ist das Internet in das Zuhause eingezogen und hat dort eine ganze Menge bewegt und vielleicht auch bewirkt. Einerseits sind Tätigkeiten aus dem Alltag in das Internet abgewandert, die nicht medial sind, andererseits sind Funktionen alter Medien in das Internet abgewandert und genau diese Prozesse beobachten wir. Uns interessiert aber genauso, was mit den klassischen Medien passiert ist, also mit der Zeitung, dem Fernsehen und dem Radio, denn auch die stehen in einer Wechselbeziehung mit dem Internet im Haushalt und wir möchten wissen, ob die Menschen diese Medien heute anders nutzen, ob vielleicht auch einiges gleich geblieben ist und welche Bedeutung diese klassischen Medien heute überhaupt noch haben.